herzlich willkommen bei lauf des lebens heute bin ich hier in den österreichischen alpen im ötscher nationalpark ich werde zwei tage lang in den alten hier verbringen in der wildnis und schauen was ich dabei alles zu lernen ja das ist hier richtig meditativ ich bin auch hier zum entspannen bei mir persönlich stehen jetzt bald wieder sehr stressige zeiten auf der uni an das semester neigt sich dem ende zu und eigentlich sollte ich ganz viel zeug erledigen doch ich finde ich habe die erfahrung gemacht es macht mehr sinn wenn man wirklich 100 prozent entspannt und dann wieder dafür seine ganze energie in seine aufgaben reinsteckt anstatt alles immer nur so halbherzig zu machen und ja deshalb ein kleiner ratschlag egal was sie macht macht es mit 100 prozent und so sieht 100 prozent entspannung aus so so Ja, ich habe jetzt die Badehose wieder gegen die lange Hose getauscht, weil es jetzt eben durch saftige Bergwiesen geht und ich muss gestehen, ich bin nicht Zecken FSME geimpft und ja, deshalb glaube ich, dass es so einfach eine Spur sicher ist und ich werde hier versuchen, an der Grenze zwischen Wiese und Wald Brennnessel zu finden, weil ich möchte abends an einem geeigneten Ort wie vor 2000 Jahren Feuer bohren, also ein Feuer machen und dazu brauche ich noch eine Schnur und da ich dafür keine Tiersehnen verwenden will, mache ich meine Schnüre eben aus Brennnesselfasern. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Damit man sich bei den Brennnesseln nicht nässelt, gibt es einen kleinen Trick, und zwar die Brennnessel ganz unten am Stiel anfassen und dann sehr schnell hochziehen und dann fliegen die Nadeln weg, ohne dass wir sich nässeln. In der Theorie versucht es jetzt mal. Ja, hier bei Lauf des Lebens werden natürlich keine großen Mühen gescheut für Spezialeffekte, deshalb können wir auch die Zeit so einfach vorspulen und so sieht ein fertiges Brennnesselseil oder ein fertig geflochener Brennnesselfaden aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.